Wir wollten und auch aus Respekt, dass er uns jahrelang unterstützt hat. Es war uns kein Weg zu weit, wir mussten dabei sein. Ich habe heute meinen Freund Christoph Petzl, Georg Gülgenreiner und Alois Wiesbeck dabei. Wir sind froh, dass wir hier sein durften und uns einfach bedanken für die jahrzehntelange Zusammenarbeit, die wir mit ihm gehackt haben. Nicht nur Zusammenarbeit, wir hatten viel Freude mit ihm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit ihm den 50. Geburtstag gefeiert und auch den 60. Hans war ein Motivationsbündel, er war ein humorvoller Mensch. Ich kenne eigentlich keine Minuten von ihm, wo er irgendwelche Traurigkeiten an den Tag gelegt hat.